Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit meinem Titan und Eisenbanner Match auf oder im Dämmerbruch statt Perimeter Erde. Ja, sauber. So, dieses Spiel. Mal schauen, wie ich abschneide. Eisenbanner Konflikt. Ich bin der Zweite von von rechts. Ja. Ja. So, so ein Spiel, ein Spiel, erstes Spiel gewonnen, zwei Spiele verdreht. Und so das Spiel, mal schauen, wie ich abschneide. Einfach mal überraschen lassen. Einfach mal die Granaten werden. Ja, one kill. Noch einer. Sehr gut. Könnt was werden, vielleicht. Boah. Was war das Granate? Hinter mir ist noch eine Granate mit schnitzender Schwein. Okay. So, das letzte Kills wohl auch noch. Sekundär Kills wohl auch noch. Gucken. Krieg ich hier eine Nachricht? Okay. Aber Raider, wie auch kein Bock? Nein. Das war Piesel-Dichte mit Raider. Einmal spielen. Ah, gut, ich mach da. Das ist mir unkonzentriert, weil ich eine Nachricht gekriegt habe. So, jetzt bin ich hier irgendwie und hieß keiner. Ja, das ist ja schön. Gut. Gut. Runter geschossen ist es gekriegt, reicht mir. Ja. Ich war noch bestimmt Sniper da wieder, ne? Sniper-Ärsche. Oho! Oh, 2 zu 4. War einer zu viel. Na, klicken, 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 glaubwürdig. Man will wieder ein Spiel und Leute abschießen. Äh, und Punkt zu sammeln, nicht irgendwie wegen was anderen. Das ist jetzt hier nur. Punkt. Oh, jetzt soll ich mich ganz schön gut vorstellen. So, der spielt noch ein bisschen näher und dann kann ich ihn verpoolen. Äh, nein, hat nicht funktioniert. Und dann läuft es. Nein, ist auch noch einer. Boah, man ist so eine tolle Fairness, ey. So, super, seid ihr ready? Wo sind die ganzen Heinis? Hier höre ich schon, sehe schon, mache ich schon. Na, warte. Ich mache ihn schon mal an und hoffe mal, dass ihr irgendwo welche rumkrebsen, was ich ihn wegholen kann. Da schon mal einer. Na? Na gut, ein paar weggeholt, das ist schon mal okay. Bar, Schneider. Oh, hu hu hu. Ich hab's nur, es ist aber egal. Boah. Ich hab' die Garnatik gut reingeschmissen, da konnte ein Teammitglied schön die Kills wegholen. Das ist ja schon mal super. Wo soll's nicht sein? Ich will ihn unterstützen, läuft das auch. Bam. Headshot. Oh, Schweine auch gerade. Oha. 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 włas ne? da kommt noch einer hinter dir oh faken ey hat der eine mir hier refilled hat er den schon weggeholt jetzt haben die alle super bekommen äh äh super sei schon hier schwere Muni also toll jetzt kommen sie gleich wieder ran hier boah wieso das hasse ja jetzt sind sie gleich dran wir haben nicht gerade eben alle schwerer gekriegt das sind sie ja schon sowohl ich habe nur es gibt es ey wow was macht der da hat er drei Jahre Zeit mich abzuschießen ungefähr hat er gerade links drunter gehabt bei der Kanone ne naja genau jetzt genau sieht es aus auf der Arma hier doch scheiße hätte ich jetzt noch einen schönen Doppelkill machen können passiert hier hier stehen die an noch mehr verdammt ihr habt es fast geschafft naja ja ich würde es auch schaffen schön sieg gut gespielt eigentlich insgesamt so also zufrieden auf jeden fall bin ich mit der Leistung nur noch fünf Minuten nur noch fünf Minuten Alter wo sind jetzt hin nein oh komm bin ich nicht mehr erster nur zwei und immer drei fähigkeiten hätte ich auf dem schlachtfeld gebraucht scheiße gut so läuft es oder auch nicht zumindest gewonnen zweiter platz glaube ich wenn wir mal gucken ja zum Beispiel kann ich den abends erstmal beenden im spiel hier weil ich muss essen unter mir pennen frühstück super so hier 13 13 13 hier helmen bekommen mit was eine gefährden helm 34 nur ein kleckes zu gehen da kein bla bla ja nicht so geil 34 wieder zum kotzen so sieht es aus ja wenn das gefallen hat abo gleich kann mutter lassen freut mich immer so wie ich erstmal raus bis dann tschüss boom machen spos момент 5 BOB aproximadamente 10 ag vers traff sp boss ario b raw vor 70 Vielen Dank.